Herzlich Willkommen, wir sind hier bei Football Behind The Scenes, wie Didi Kassi Gabballi lebt. Na, ja! Wie ist das passiert? Wie so ein schlechter Bordel? Yeah! Willkommen zurück bei Man on Man, deinem Fitness-Gentlemen. Ein extra Kick an Nostron. Hier widmen wir uns einer weiteren Punkt, die gerne mal falsch gemacht wird und konzentrieren können uns. Alles klar, danke! Hey, alles gut? Kette Vollmaschine, erst seit einer Woche hier, aber wir sind die Shrek-On-Ele. Ja, Mann! Oder wir sind die Art in the Rock. Oh, man, wir picken dich in der Braille. Das ist gut. Das ist gut. Wir müssen dich aufhören. Macht besser, Terence. Wuh! Blade on Blade 2. Nein, aber ey, es war so geil die Woche wieder. Wir waren hier im Ape Gym, komplett durchgedreht. Jede Szene, komplett Energie und Power. Und, ähm... Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, wir müssen auf jeden Fall was in der Zukunft, wenn wir uns zusammen machen. Egal was, wenn es mit alles durch ist. Es wird die Reihe, ne? Aber hier, ich habe jetzt den Commissioner, ne? Und den CEO und alles. Also das, äh, die mächtigsten Männer in der Erde. Nein, aber heute haben wir gedreht. Mit Schelko, mit Patrick. Ähm, ganz ehrlich, ich dachte, Schauspieler ist mein Ding. Aber die haben mich gern ein bisschen stört heute. Also die haben richtig abverliefert. Was er bieten kann, ey. Der ist ein Schauspieler. Der hat halt gut verkauft. Der ist richtig gut, der Junge. Ich habe mir das Vollmaschine. Ihr wisst Bescheid. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Michael Smolik. Ich war heute bei Karsim. Beim Dreh Fu... ...Footballs. Es hat mega viel Spaß gemacht. Mit den Chaoten hier. Mega cooler Typ. Und der Dreh war auch mega neister Kompass. Geiles auf euch zu. Boah, was ist hier? Okay, also zuerst war da Moritz Fürst am Start. Dann wurde ich verprügelt vom Kickboxer. Und jetzt wurde ich vor allem am Laufband auch noch zerstört. Also irgendwie nicht den Motor werde ich zerstören. Ist doch gut. Also mir ist auf jeden Fall voll Spaß gemacht. Auch wenn irgendwie dein Arm ungefähr meine Oberschenkel ist. Aber er hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und so schlecht warst du nicht. So, okay. Aber da ist noch Potenzial. Okay, ich gebe mein Bestes. Aber es macht halt jedes Mal Spaß. Auch wenn verschiedene Athleten halt vorbeikommen und wir was zusammen machen. Ich glaube, dann wird man auch vom Final-Produkt sehen, dass das richtig konsumiert ist. Geil. Ey, Karsim, was hast du denn für ein cooles Shirt an? So eins will ich auch. Hey, ihr wisst Bescheid im European League Football Shop. Das ist Hamburg Sea Devils. Oh, Hamburg Sea Devils Shop. Boom. 91. Ihre Bali, die Vollmaschine. Ihr wisst Bescheid. Ihr zieht's an. Bizeps läuft. Ja. 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 Vielen Dank.